So, da sind wir wieder zurück mit der nächsten Tagesaufgabe, Besuch Longley Lodge und Lazy Lagoon im Verlauf von einem Match. Wie man sieht, 0 von 2, also es muss wirklich schon ein Match sein. Ich würde, ja, man kann es solo probieren, aber ich probiere es jetzt echt mal in Gruppenkeile, weil das Risiko gekillt zu werden ist halt verdammt hoch. So, dann möchte ich natürlich immer noch Danke sagen zu 96 Abonnenten. Wie gesagt, die 10. Zahl werde ich immer im Laufe des Videos jetzt sagen. Also einfach das Video auch zu Ende gucken, ein bisschen zuhören. Ich werde es halt immer so machen, ich werde einfach Code und dann die Zahlen nennen. Ganz simpel einfach, auch klar und deutlich, ja, Peter ging gestern durch die Stadt, Code 3 und war müde. Also so nicht. Für die, die noch nicht wissen, wie das Gewinnspiel abläuft oder beziehungsweise die Passive Card zu knacken, den Code einfach in der Videobeschreibung gucken. Da ist ein extra Video, wo ich mich einmal vorstelle und man dann auch die Erklärung bekommt, wie und wo man den Code versuchen kann einzugeben. Wie gesagt, handelt es sich um 10 Euro Code, also wenn ihr geknackt habt und da steht, Guthaben ist komplett vorhanden, 10 Euro. So, dann gehen wir, hoffen wir schon mal rein in die Aufgabe, dann sehen wir mal einen Controller in der Hand. So, wie fliegen wir? Ja, Lazy Lagoon kriege ich easy hin, aber zu long, obwohl eigentlich die fliegen alle direkt raus. Eigentlich müsste es machbar sein. Also von Lazy Lagoon rüber zu long ledern. Ja, statt einer Langeweile. So, und noch 4 Abonnenten fehlen. Also wenn ich dir mit der Aufgabe helfen konnte oder bisher überhaupt schon helfen konnte, lass doch gerne ein Abo da. Support ist doch kein Mord, weißt du doch. So, dann gehen wir mal rein. Im Prinzip müssen wir von hier unten, da rüber in den Wald. Ich lande auch direkt oben an den Häusern, dass wir direkt durchziehen können. Und wie gesagt, ich mache ja nicht nur die Tagesaufgaben, sondern auch Rettet die Welt. Und noch Pack Openings, was die Fortnite Karten betrifft. Also eigentlich Fortnite rundum. So, damit ich wenigstens irgendwas habe zum Verteidigen. Aber eigentlich kann ich das anders dann machen. Ich glaube, das war hier schon safe ein Gegner. Was ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich hatte nämlich vor, mir jetzt einfach eine Rampe zu bauen. Und dann rüber zu fliegen. Was ist denn die Scheißkiste? Hää? Ist das hier wieder so eine Trollkiste oder was? Ich bin jetzt hier da am Dach. Ach, die ist hier im Dach. So, dann hol ich mal gerade schnell die Tränke. Ach, der gehört zu uns, der Roboter, die leider wieder zurück sind, auch auf dem PC. So, warte mal, gucken, ob hier noch eine Kiste ist. Na, na, Eier werden wir schon irgendwo finden. So, jetzt muss ich ganz entspannt hier mal hochbauen. Das wäre fast die Hose gegangen. Ja, Zone macht schon Auge. Aber mit knapp 450 Materialien soll es eigentlich zu schaffen sein. Einen Gegner kann ich jetzt gar nicht gebrauen. Wenn ich jetzt sterben würde, das wäre überhaupt nicht gut. Weil dann schaffe ich die Aufgabe definitiv nicht. Ich hoffe, die Ekele sind schon alle entweder vorher abgeflogen oder... Weil ich muss definitiv erst auf dem Berg und dann einmal drüber. Wir werden zwar sterben, das ist klar. Aber es geht ja nur darum, erstmal die Aufgabe überhaupt zu schaffen. Warte mal, hier kann ich mich doch eigentlich noch drüber schweben lassen. Ach, da komme ich doch so schon an. Easy. Also ihr braucht euch nicht bauen, im Prinzip berghoch bei Pleasure Blend und dann euch hochtreiben lassen. Und dann geht's auch. Den, 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 den. Easy. Gucken, ob ich... Ach, das Zelte schon mal mit mir drüber fliegt. Gucken, ob ich hier noch schnell auf krampfnahe erfinde. Da, da, da. Haben sie hier noch irgendwas liegen gelassen? Natürlich nicht. Wir holen uns trotzdem mal mit. Ähm, bau, 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 bau. Hier ist nichts. 38 Leben haben wir noch. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass hier an dem Dach eventuell eine Kiste ist. Ach, natürlich nicht. Ach, da leckt der Arsch. Ach, da leckt der Arsch. Himmel, Arsch und Zwirn. Also vorher sterb ich. Aber die hättest du auch nicht aufgehoben. Ich bin lieber mit der Sniper. So, dann mal, mal, mal. Kills. Kills, 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 Kills. So, wo sind wir denn hier daheim? Ach, da ist schon mal außerhalb. Irgendeiner gleitet hier auch grad rum. Wo? Ja, klar. Es muss laggen, wenn... Er geht da. Pff, geht nur das. Mann, 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 ey. Also. Ach, da ist ja die Insel. Die ist aber groß. Das ist eine große Insel. Ich habe einen gehört, aber ich weiß nicht wo. Oh, nehmen wir den so lang. Irgendwas AR-artiges. So, kann man machen. Fünftzwanziger Headshot. Fünftzwanziger Headshot. Geht mal. Klar, von vorne, von hinten. Gehört eben hier die ganze Staffel oder was? Ich sehe keinen, ich sehe keinen, ich sehe keinen. Hä? Äh, wer hat da gebaut? Meine beiden Flächen sind schon leicht. Hä? Hä? langsam echt ekelig ich sehe hier nicht einen gegner eben wird schon hier weg geholt ich würde sagen die hut gehört komplett uns hier So nicht, Leidfreude Oh, lad da schneller nach! Doch! Ein Sniperhit muss ja jetzt bald sein. Natürlich nicht! Husser, husser! Ah, scheiß Nachladen immer! Kann ich mal stehen bleiben? Nein, also nicht. Geht auch zu uns. Ach, nicht aufzulecken. Ich muss den hier hinten... Den hier hinten will ich jetzt haben. Ich muss doch mal eingesnipe bekommen hier. Oh Gott, dafür ist das Ende zu langsam. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ja. Er kriegt es natürlich direkt hin. Das war ja wohl wieder... Na gut, die Runde wäre mit der Englisch. Ich müsste mir die definitiv gewinnen. Boah, was soll ich denn hier, ey? Nein, ich wollte den Perfekt nicht schon machen. Das war dumm. Ich stehe da eine Stunde und schieße nicht. Warum nicht immer so? Warum nicht immer so? Abgestaubt. Eigentlich müsste jetzt fast Ende sein. Puss! So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Dann sage ich mal kurz die Zahl. Code 7. Also, wenn du kein Abonnent bist, haus jetzt raus. Wenn ich euch helfen konnte, gerne noch ein Like da lassen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie weit seid ihr bis jetzt so mit der Season. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein!